Musik Look des Tages vom 22. März 2018 Bella Hadid 21, stellte bei der Dior The Art of Color Ausstellung in Shanghai einmal mehr ihre Topmodel-Qualitäten unter Beweis. Sie trug eine weit ausgeschnittene schwarze Rüschenrobe von Dior. Das ärmellose Tüllkleid bestach durch die tiefen Einblicke, die das Oberteil auch dank Cut-outs an den Seiten gewährte. Unterhalb der Taille fiel es in einem weiten Rock bis auf den Boden. Zu der edlen Robe kombinierte Bella Hadid schwarze, hohe Pumps, die spitz zu liefen. Ihre lange Mähne trug die 21-Jährige zu einem hohen Pferdeschwanz frisiert. Ihre Augen hatte sie mit dunklem Make-up, betont. Kleine Ohrringel und dezenter Ringe an der Hand lenken ebenfalls nicht von ihrem Kleid ab Spot-on-News. Musik Musik Musik